Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Henry Spiedwe war bei uns auf der Lesebühne. Und nun viel Spaß. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich duz euch einfach und sag ihr. Ja, ich bin Henry Spiedwe, bin Autor, ich bin aus Berlin. Ich schreibe seit 2004. Ich habe mal angefangen mit einem Blog während eines Auslandsaufenthalts in Belgien. Es kam mir damals alles wahnsinnig rückständig und absurd vor, was ich da so erlebt habe. Und dann habe ich angefangen und daraus ist dann irgendwann ein Buch geworden. Und dann ist das einfach, sich das immer so weiterentwickelt. Ich fange an mit einem Intro aus dem Buch, die Wechselstellung unter Kollegen. Da gibt es einen Beitrag von mir. Den habe ich mal geschrieben anlässlich eines Wettbewerbs, der hieß Zwischen den Polen. Das hat eine gewisse Zweideutigkeit. Das war vom Sprachcafé Polnisch zwischen den Polen. Das ist eine Aktion aus Pankow. Da sollte ich mal was über meinen Namen schreiben. Und ich finde das eine gute Einleitung. Dann wisst ihr auch, wer ich bin. Also so ungefähr zumindest. Und dann ist auch biografisch geklärt, wo ich herkomme. Sag mir mal schnell deinen richtigen Namen. Mein neuer Chef, der zum ersten Mal einen Flug für mich buchen will. Henry? Nee, so wie er am Ausweis stählt. Henry? Du heißt wirklich Henry? Ich muss meinem eigenen Chef meinen Personalausweis zeigen. Der gesamte Bewerbungsprozess war überhaupt kein Problem. Ich habe eine E-Mail-Adresse und Visitenkarten mit diesem Namen bekommen. Scheinbar permanent in der Annahme, das wäre nicht mein wirklicher Name. Nun guckt er erstaunt. Köln. Meine gleichaltrigen Kollegen heißen Jürgen, Astrid, Ingrid, Günther, Hubertus, Joachim, Werner und Burkhard. Mit Vornamen. In meinem Abiturjagang kommen solche Wörter höchstens als Nachnamen in Frage. Vornamen gehen anders. Da sind zunächst die Englischen. Die haben Anfang der 80er wohl ihren Hörepunkt. Mandy? Randy, Danny, Kevin, Cindy, Sandy, Cynthia, Ronny, Brian und halt auch Henry. Da steht schon mal der halbe Jahrgang. Im vereinten Deutschland, eher Ausdruck einer bestimmten Schichtzugehörigkeit, waren diese Namen in der späten DDR total normal. Die Französischen haben zwei Wellen. Jacqueline und René sind eher in den 70ern geboren und zum Zeitpunkt meiner Geburt fast schon ein klein bisschen aus der Mode gekommen. Marcel und Sandrine haben ihren Frühling noch ganz spät. Die italienischen kommen ab Mitte der 80er. Enrico, Bianca, Romina, Mariana, Nico, Silvana sind tendenziell ein klein bisschen jünger als ich. Mariana allerdings nicht. Nein, Marina allerdings nicht. Das ist eher in der ersten sozialistischen Generation verheimatet. Die sowjetischen konnte ich zeitlich nie einordnen. Mascha und Boris können jünger oder älter sein. Und Sascha ist faszinierenderweise auch bei Wessis sehr verbreitet. Die skandinavischen, die in westdeutschen Kinderzimmern eher mal an Kinder mit fair gehandeltem Holzspielzeug aus Äthiopien ohne rechte Winkel verteilt wurde. Nils, Sören, Jasper, Sven, Jörn sind im Osten komischerweise nie recht heimisch geworden. Und dann sind da noch die Fantasievollen. Maren, Reiko, Romy. Herkunft des Namens? Ungewiss. Die des Trägers? Nicht. Bemerkenswert ist, dass Maya hingegen beispielsweise im Osten fast nicht bekannt ist und im Westen ganz üblich. Obwohl die berühmte gleichnamige Biene von Karel Gott besungen wurde, dessen Heimat ja deutlich näher an Dresden als an Dortmund liegt. Von ein paar versprengten biblischen Klassikern abgesehen, die beidseits der Mauer für wenig Abwechslung sorgten, ist die Herkunft klar zu erkennen. Im im Sterben liegenden, real existierenden Sozialismus war es halt en vogue, Kindern Namen zu geben, die so klangen, als kämen sie aus Ländern, in die man ohne Reisefreiheit nicht kam. Hier an der Wand hängt übrigens ein ganz tolles Poster, eine sozialistische Werbung für Landkarten, die genau sieben Länder aufführt oder so, und die in Köln jedermann selbstverständlich für ein Pseudonym hält. Interessanterweise liegt der Fokus dabei auf Namen, die in den gedachten Herkunftsländern auch seit 1920 nicht mehr vergeben wurden, sodass man selbst in England als Henry oder in Frankreich als Henri immer noch auffällt. Klares Indiz für eine Abstammung von links oder von links der innerdeutschen Grenze ist ein zweiter Vorname bei Mitmenschen meiner Generation, vor allem, wenn dieser dann entweder ebenfalls biblisch oder aber altdeutsch Großeltern vererbt ist und zu 100 Prozent, wenn er für Männer Maria lautet. Türkische Vornamen, die durch die zweite, dritte Einwanderergeneration in den alten Bundesländern Gang und Gebe sind, sind im Osten Fehlanzeige. Und so kommen auch Serkan und Hakim mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus den neuen Bundesländern. Die gesamtdeutschen Nachwendekinder fiegt das alles nicht an. Durch eine einheitliche Medienlandschaft geprägt, haben sich auch die Vornamen angeglichen und so werden irgendwann nur die Grabsteine meiner Generation. Man kann einen Hinweis auf getrennte Geschmäcker geben. Nachnamen hingegen waren immer gleich. Manche deuten auf Abstammung oder Berufe hin, manche auf Äußerlichkeiten und bei vielen weiß man gar nicht, was er bedeuten soll. So einen habe ich. Und auch wenn man ihn immer buchstabieren muss, bin ich doch froh, meine E-Mail-Adresse nicht um Wohnort und Geburtstag ergänzen zu müssen und immer ein dankbares Smalltalk-Thema zu haben. Das war die Einleitung aus diesem Buch und, glaube ich, eine Beantwortung dieser ersten Frage, woher ich denn komme. Genau. Und ich mache mit diesem Buch weiter. Die Geschichte handelt von einem Arztbesuch und heißt, wenn man über 30 ist und es tut nichts weh. Wenn man mit über 30 morgens wach wird und es tut einem nichts weh, dann ist man vermutlich tot. Diese Weisheit setzt sich in meinem Freundeskreis immer mehr durch. Gilt für die ganz sportlichen, Knorpelschaden im Knie, genauso wie für die, die aus Mangel an Bewegung auch einen Knorpelschaden im Knie haben. Und die berühmten Zivilisationskrankheiten haben sowieso alle. Ja, also ihre Leukozyten. Ihre Leukozyten sind absolut im Normbereich. Was, Tschernobyl? Leukozyten. Meine, was? Ihre Leukozyten. Das sind die weißen Blutkörperchen. Aha. Aber ihre Erythrozyten. Oh Gott, meine, ja, was, was? Ja, ach so, ja, ihre roten Blutkörperchen. Ja, um Himmels Willen, was mit meinen roten Blutkörperchen? Hm, ah ja, die sind auch völlig in Ordnung. Und dann haben wir hier ihr Hämoglobin, mein was? Den roten Farbstoff. Ah, auch total in Ordnung. Dementsprechend ist auch der Hämatrokritwert in Ordnung. Das ist der Anteil der roten Blutkörperchen am gesamten Blut. Aha. So lernt man mit der Zeit den einen oder anderen Arzt kennen. Ärzte sind komisch. Sie haben einen seltsamen Humor. Aber vielleicht auch gar keinen, so genau kann ich mich nicht entscheiden. MCV. Das ist die Größe der Blutkörperchen. Auch okay. Sie haben die Größe meiner Blutkörperchen vermessen? Ja, natürlich. Und? Wie groß sind die so? Hm, 89 bei Ihnen. Was? 89? Ja, 89 was? Ah, Kubikmikrometer. So, dann haben wir hier die mittlere Hämoglobin-Konzentration der einzelligen Erythrozyten, das mittlere Volumen und die Abweichung von der normalen Größe. Hm, auch alles gut. Ich sitze beim Allgemeinmediziner, der mir mein Blutbild vorliest und mit rapide abnehmendem Erfolg versucht, mich dafür zu begeistern. Ich habe entschieden, ab dieser Stelle nur noch auf Abweichungen von der Norm zu reagieren. Thrombozyten in Ordnung, Cholesterin in der Norm, Trüglyceride, irgendwie dauert mir das zu lange. Sagen Sie, ist denn insgesamt alles okay mit mir? Ja, aber ich möchte, dass wir das im Detail durchsprechen. Manchmal nehmen sich Ärzte also doch Zeit. Vor allem dann, wenn man das selber nicht will. Oh, ist das wirklich notwendig? Ist es Ihre Gesundheit? Das ist ein Totschlagargument. Die Französin Jeanne Calment war der bislang älteste Mensch. Sie wurde 122. Angeblich werden wir in naher Zukunft Menschen haben, die 150 werden. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das will. Schon gar nicht, wenn sich die Zeit so zieht, wie jetzt gerade. Man muss dann ja auch noch öfter zum Arzt. Furchtbar. Gamma-Glutamil-Transferase. Absolut perfekt. Harnsäure in Ordnung, Kreatinin in Ordnung, Glucose in der Norm, Thyretrotropin okay. Da studieren diese Leute 10 Jahre, um dann stumpf Werte von einem Blatt abzulesen, denke ich mir. Wie ein Notar, der mit Prädikatsexamen am Ende auch nur Verträge vorliest. Mehr oder weniger Begeisterung. Ah, hier ist die Aufschlüsselung des Cholesterins. HDL. Das ist das sogenannte gute Cholesterin. Ist gut. LDL. Das ist das andere. Hm, auch okay. So, dann ihre segmentkernigen Granulyzyten. Meine was? Unterbreche ich ihn und beiße mir sofort auf die Zunge. Ich wollte ihn noch nicht mehr fragen. Die Antwort hilft mir auch nicht wirklich. Na, das ist die Reifestufe der Granulytozyten, die durch einen segmentierten Zellkern charakterisiert sind. Die sind vor allem im peripheren Blut. Wissen Sie? Lymphozyten, Monozyten, Eosynophile-Granulytozyten, Basophile-Granulytozyten. Alles gut bei Ihnen? Mhm. Klar. Es fällt mir schwer, meine Konzentration noch aufrechtzuerhalten bei diesen ganzen Werten. Mir fällt ein, wie ich kürzlich dank Umzug von einer Krankheit kuriert wurde. Ich habe mal in Aachen gewohnt und da hat ein Allgemeinmediziner bei einer zufälligen Ultraschalluntersuchung einen Knoten in meiner Schilddrüse diagnostiziert, der gerade noch einen Millimeter zu klein war, um ihn zu entfernen. Aber man müsse den Knoten streng überwachen. Quartalsweise vermessen. Vermutlich habe ich im Laufe der ganzen Zeit allein das Ultraschallgerät des betreffenden Arztes abbezahlt durch meine quartalsweisen Vermessungen. Mit dem Umzug nach Berlin habe ich mir recht bald eine radiologische Praxis gesucht, um weiterhin den Knoten zu beobachten. Gesundheit ist ja schön und gut, aber 700 Kilometer für eine Ultraschalluntersuchung wollte ich dann auch nicht zurücklegen. Der Berliner an sich bevorzugt weniger das Geld verdienen, als vielmehr seine Ruhe zu haben. Das gilt auch und im Besonderen für Ärzte. Und so teilt man mir unter Lachenlapida mit, ich habe mitnichten einen Knoten in der Schilddrüse und man würde mir das auch schriftlich geben. Im vorliegenden Fall handele es sich nur um eine Normvariante der Schilddrüse, bei der die Schlagader ungünstig durch die Schilddrüse verlaufe, deshalb im Anschnitt wie ein Knoten aussehe. Ich war quasi auf den Schlag gesundet. Hallo, hören Sie mir noch zu? Glutamat Oxalatezat Transaminosil oder auch Aspartat Aminotransferase genannt. Okay, Glutamat Pyruvat Transaminase, okay, Lactat, Kalium, Kalzium, alkalische Phosphate. Boah, ich dachte immer, die gibt's nur im Waschmittel. Ich bitte Sie. Wie, Gesamteiweiß, Albumin, wieder schweifen meine Gedanken ab. Ich denke an den Hautarzt. Lange plagte mich meine Haut an den Füßen. Meine erste daraufhin aufgesuchte Hautärztin erklärte es mit einem Heuschnupfen. Ist doch ganz klar. Sie sind auf Hausstaubmilben allergisch und Ihre Füße haben ja nun mal permanent Kontakt zu Staub. Das ist eine allergische Reaktion. Können Sie im Grunde gar nichts machen. Wenn Sie es nicht mehr aushalten, dann könnte man über eine Hypersensibilisierung nachdenken. Aber ich würde da jetzt gar nichts machen. Kommen Sie einfach einmal im Jahr vorbei. Mhm. Eigentlich haben Sie nichts, aber kommen Sie bald wieder. Super. Diese Einstellung haben Ärzte häufig, vor allem im Rheinland. Nach einem Umzug suchte ich mir dann eine andere Hautärztin. Was soll das sein? Eine allergische Reaktion? Ja, das sagte Ihre Kollegin zumindest. Nee, nee, nee. Sie haben eine Pilzerkrankung. Da hilft nur eine langwierige Tablettenkur, bei der Sie keinen Alkohol trinken dürfen und alle drei Monate zu mir kommen müssen. Klar, quasi die Lizenz zum Gelddrucken. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich der Frau Doktor doch geglaubt. Einen weiteren Umzug später, in Berlin, habe ich wiederum einen neuen Hautarzt gesucht und das Gespräch verlief wieder ganz ähnlich. Was soll das sein? Eine Pilzerkrankung? Ja, das sagte Ihre Kollegin zumindest. Nee, nee, nee. Naja, früher war es auch schon mal allergisch. Nee, 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 nee. Nee, ich glaube, Sie haben da vielleicht eine leichte Neurodermitis. Vielleicht aber auch einfach gar nichts. Da können Sie im Grunde nichts machen. Sie brauchen auch bitte nicht mehr wiederkommen. Wie gesagt, in Berlin steht Ruhe vor Geld. Hallo, ich mache das hier für Sie. Wie, Alpha-1-Globulin, Alpha-2-Globulin, Beta-Globulin, Natrium, alles in Ordnung. Lediglich über Ihr Cholesterin würde ich gerne nochmal reden. Also wenn man die Werte jetzt einzeln betrachtet, dann sind die völlig in Ordnung. Aber wenn man sie ins Verhältnis setzt, dann kann man das Risiko für spätere Kreislaufkrankheiten ablesen. Und der Grenzwert ist 3. Also beim Verhältnis von 3 ist das Risiko erhöht? Ja, genau. Verstehe. Und mein Wert liegt drüber? Nein. Sie liegen bei 2. Aha, verstehe ich. Und was soll ich jetzt machen? Sie könnten mehr Fisch essen. Wie gesagt, 10 Jahre Studium. Das war der Arztbesuch. Ich lese euch, also es kommt jetzt die nächste Geschichte. Diese ist abgeschlossen. Kommt eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte. Es ist die älteste, die ihr heute hören werdet. Alle Bücher und Werke haben immer den Untertitel Geschichten vom Reisen, Unterwegssein und Ankommen. Und so schwanken die auch hin und her. Also es sind Geschichten von Unterwegs, vom Reisen, wirklich weit weg Reisen und dabei eben auch vom Ankommen. Der Arztbesuch ist irgendwas dazwischen. Das hier ist Reisen. No, Monsieur, das dürfen Sie wirklich nicht mitnehmen. Aber schauen Sie, das habe ich doch gerade da gekauft. Der Blick des Sicherheitsmanns verrät gar nichts. Ich setze nach. Sie haben das doch gesehen. Allee, kommen Sie schon. Ich versuche es auf die kumpelhafte Tour. Offensichtlich der falsche Weg. No, keine Ausnahmen, Monsieur. Ich wage einen letzten Versuch. Regardez, schauen Sie. Ich, ansetzen, Langzug nehmen, auffällig laut schlucken, schmatzen. Ich trinke das. Würde ich Sprengstoff trinken? Hm. Wäre es Ihnen nicht egal, Sprengstoff zu trinken, wenn Sie jetzt gleich das Flugzeug sprengen? Sie würden ja sowieso sterben. Hm. Ich schaue auf meine halbvolle Colaflasche. Sieht gefährlich aus. Wieso sollte ich riskieren, noch in der Wartehalle mit einer Vergiftung zusammenzubrechen, wenn ich doch das Flugzeug sprengen will? Ja, offensichtlich argumentiere ich viel zu sehr wie ein Terrorist. Der Sicherheitsmann wird immer energischer. Sie geben mir jetzt diese Flasche. Nun, ich tue, was man mir sagt. Allerdings erst nach einem weiteren kräftigen Schluck. Restwert einer leeren Flasche in Deutschland 25 Cent. Restwert außerhalb Deutschlands nichts. Der Verlust ist also zu verschmerzen. Deswegen lagert der Mann diese gefährliche Flasche jetzt auch in einer Mülltonne direkt neben sich. Sein Kollege 10 Meter weiter wird gleich noch mehr Spaß mit mir haben. Kann ich mal in ihrer Tasche sehen, s'il vous plaît? Na, wenn es sein muss. Man kramt und sucht eine Weile. Ha! Habe ich es doch gesehen. Eine Nagelfeile. Ah ja, das Ding habe ich total vergessen. Die ist vom Hotel, das steht doch drauf. Das beweist ja nichts. Das können Sie ja vorbereitet haben. Die muss ich Ihnen leider abnehmen. Es tut mir leid, es liegt nicht an uns, aber diese neuen europäischen Sicherheitsbestimmungen, Sie wissen schon. Ja, ich bin traurig. Dass Europa immer nur für die negativen Ereignisse im Leben herangezogen wird. Eine leere Flasche und eine geklaute Nagelfeile ärmer. Dafür mit aufgeblähtem Cola-Bauch betrete ich den Sicherheitsbereich. Der erstbeste Shop ist meiner. Der Betreiber scheint der gleiche zu sein, wie der, dem ich eben schon einmal eine Cola abgekauft habe. Ich betrete den Laden und sehe mich um. Mein Terroristenherz schlägt sofort höher. Die gleiche Cola wie draußen, aber hier bestimmt weniger gefährlich. Und da hinten Wein und Schnaps in Glasflaschen. Damit könnte ich doch bestimmt zumindest mal jemanden K.O. schlagen. Es gibt Tabakwaren und Feuerzeuge, sowie Deos und Parfums. Ich überlege eine Weile. Feuer und Parfum zusammen, das sollte ein explosives Gemisch ergeben. Das hat hier wahrscheinlich noch keiner gemerkt. Als ich verächtlich schnaubend das Geschäft verlassen will, sehe ich sie. Diamantnagelfeilen. Ich drehe um. Ich kaufe ein Feuerzeug, eine Flasche Wodka, eine Cola, ein neues Parfum und ein Nagelpflegeset. Brauche ich zwar nicht, aber ich will es einfach ausprobieren. Stewardess sieht meinen Großeinkauf, schreckt aber nicht vor mir zurück. Bienvenue à boch. Um das teure Zeug nicht abgeben zu müssen, frage ich sie nicht, ob sie sich nicht durch mein Nagelpflegeset bedroht fühlt. Aber ich schaue mir die anderen Passagiere genau an. Viele betreten das Flugzeug mit großen Einkaufsbeuteln. Eine Stunde später werde ich geweckt. Chicken oder Pasta? Chicken bitte? Gerne, mein Herr. Bitteschön. Et voilà. Klack. Man legt mir ein Messer aus Metall auf mein Tischchen. Ich kann ein Grinsen nicht unterdrücken. Ja, jetzt fühle ich mich wirklich sicherer. Also ihr habt es gemerkt, das ist so aus der Zeit, als die Reiserichtlinien ein bisschen verschärft wurden. Irgendwann in den Nullerjahren. Ja. Jetzt kommt eine Geschichte, naja, ihr werdet es merken, es handelt im Prinzip vom Unterwegssein, aber eher so auf Berliner Bahnhöfen. Ich nenne es aus dem Handbuch des Zentralverbandes des Deutschen Backhandwerks. Paragraf 1. Der Segnung des chinesischen Fertigteiglings muss unbedingt gehuldigt werden. Sie erspart dem Bäcker aufwendige Fertigungsschritte mitten in der Nacht, die sonst zu Lasten seines familiären Lebens und seines Schlafes gingen. Paragraf 1a. Auch chinesische Fertigteiglinge lassen sich für 80 Cent pro Stück verkaufen, wenn sie nur kurz vor dem Verkauf mit irgendwelchen Samen oder Körnern bestreut werden, die der Bäcker fertig beim Zentralverband erwerben kann. Dabei ist stets neuen Modetrends zu folgen, um den Preis immer mindestens auf konstantem Niveau zu halten. Aktuell empfiehlt der Zentralverband die Anbringung von Chiasamen auf als glutenfrei gekennzeichneten Fertigteiglingen. Paragraf 2. Der Profit ist zu maximieren, wenn die Einrichtung des Backwarenverkaufsgeschäfts heruntergestuft wird. Waren früher Wand- und Deckenverkleidungen sowie teure Innenraumfarbe notwendig, ist heute grundsätzlich darauf zu verzichten. Paragraf 3. Der Profit ist ferner zu maximieren, wenn der aufgewärmte Fertigteigling vor dem Verkauf durch maximal minderwertige Käse- und Wurstwaren belegt wird. Auch hierbei muss zwingend Modetrends gefolgt werden. Ein vegan belegter glutenfreier Chiasamen-Fertigteigling darf an Bahnhöfen deutscher Großstädte für bis zu 10,83 Euro verkauft werden. Paragraf 4. Beim Fertigbelegen der Fertigbackwaren ist zu beachten, dass das Brötchen stets nur bis zur Mitte aufgeschnitten werden darf und so dann der Belag mindestens zur Hälfte aus dem Brötchen herausschauen muss. Ferner muss in der Auslage auf eine diagonale Ausrichtung des Produkts geachtet werden, sodass der Kunde aus seiner Sichthöhe direkt in den Belag schaut. So wird sichergestellt, dass auch wenig Belag wahrnehmbar ist. Es ist nicht im Sinne des Verkaufenden, sich allzu große Gedanken zu machen, dass durch den nur halben Anschnitt eines immer halben trockenen Brötchens im Müll landet. Der Konsument darf bei Bedarf jederzeit ein zweites Brötchen käuflich erwerben. Paragraf 5. Grundsätzlich ist es vorgeschrieben, eine große Menge minderwertiger Fertigremoulade zu verwenden, wenn belegte Backwaren verkauft werden. Diese ist, im Gegensatz zu Butter, durch ihren hohen Anteil von Erdöl, Glykol und Konservierungsstoffen nicht auf Kühlung angewiesen und gaukelt dem Konsumenten zudem ein frisch aufgebackenes Fertigbrötchen vor, das ohne Remoulade nach wenigen Stunden nicht mehr essbar wäre. So sind sogar Restbestände vom Vortag noch gut verwertbar. Paragraf 6. Zumindest im Sichtbereich des Kunden ist weiterhin darauf zu verzichten, Bargeld und Backwaren mit der gleichen Hand anzufassen. Das Herausgeben von Wechselgeld kann minimiert werden, wenn aufgrund absurder Preisgestaltung immer davon auszugehen ist, dass der Kunde aus Gründen der Zeitersparnis aufrundet. Der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Hierauf ist zu verweisen, wenn Konsumenten versuchen, bargeldlos zu bezahlen. Die Akzeptanz bargeldloser Zahlung bleibt den Mitgliedern des Zentralverbands selbstverständlich weiterhin untersagt. Gleichzeitig besteht gesetzlich keine Verpflichtung, mehr als 50 Münzen in einem Zahlvorgang anzunehmen. Ausländische Kunden sind hierzu grundsätzlich Erklärungen nur in regionaler Dialektsprache wiederzugeben. Paragraf 7. Die Abschaffung des Einweg-Plastikhandschuhs aus Kostengründen ist vollzogen. Besonders hervorzuheben ist der große Erfolg aller Mitglieder des Zentralverbands, dies beim Konsumenten als Umweltschutzmaßnahme zu deklarieren. Paragraf 8. Um weiterhin Bargeldhand von Backware zu trennen, erlaubt sich der Zentralverband nunmehr die Einführung der Kunststoff-Serviette. Diese ist 100% flüssigkeitsabweisend und somit als Serviette im eigentlichen Sinne ohnehin unbrauchbar. Jeweils genau eine dieser Servietten ist dafür zu gebrauchen, fertig belegte Backwaren zu greifen. Da fertig belegte Backwaren nicht an der Hinterseite angefasst werden dürfen, da sonst der Belag herausgedrückt würde, ist mit der Kunststoff-Serviette die geöffnete Seite zu packen. Hierbei quillt dem geübten Verkäufer genug Remoulade aus dem Brötchen, dass diese sich an der für den Kunden in diesem Moment nicht sichtbaren Innenseite der Serviette verteilen kann und dann dem Produkt somit dank der nun als Klebeband fungierenden Serviette ausreichend Stabilität verleiht, um in eine Papiertüte verpackt zu werden. Der Undurchlässigkeit der Serviette zum Dank ist auch der dünnsten Serviette von außen nicht anzusehen, dass sie auf der Innenseite voll mit Remoulade ist. Einzige Ausnahme von der Verwendung der Plastik-Serviette ist der Verkauf frisch aufgewärmter Laugen-Gebäck-Fertig-Teiglinge. Hierfür ist grundsätzlich ein gesondert zu kennzeichnender Vorrat an Papier-Servietten zu halten. Die leicht klebrige Oberfläche des Laugen-Gebäcks ermöglicht es, der Papier-Serviette ideal haften zu bleiben. Kein Konsument darf je ein Laugen-Gebäckerzeugnis ohne Reste von Papier-Servietten essen. Zusätzliche Servietten sind Kunden zu keiner Zeit auszuhändigen. § 9. Bedenken, dass der Gast sich durch versehentlichen Druck auf die Rückseite des belegten Brötchens mit dem herausquellenden Belag oder durch Berühren der Vorderseite des belegten Brötchens mit Remoulade beschmutzen könnte, sind zu unterdrücken. Selbstverständlich ist sicherzustellen, dass Beschmutzungen aller Art, vor allem herunterfallender Belag, außerhalb des Backwarenverkaufsgeschäfts erfolgen. Hierzu siehe § 10 für Verpackungstechniken. Die Verhandlungen des Zentralverbands mit der Innung der Chemiereinigungen bezüglich einer Gewinnbeteiligung stehen kurz vor dem Abschluss. § 10. Aus in § 8 erläuterter Klebebandtechnik ergibt sich, dass grundsätzlich jedes Produkt einzeln in eine vom Zentralverband zur Verfügung gestellte Papiertüte verpackt werden muss. Selbst wenn der Kunde lautstark und wiederholt aufmüpfig reagiert, das Fertigprodukt direkt in die Hand zu nehmen. Um ein Öffnen der Papiertüten in unmittelbarer Nähe des Verkaufsbereichs zu verhindern und damit auch ein gereiztes Klima, von dem andere Kunden sich gegebenenfalls vom Kauf abschrecken ließen, ist beim Verschluss der Papiertüten eine Kombination aus Falt- und Knülltechnik anzuwenden. Der geübte Verkäufer verschließt die Papiertüte unwiederbringlich, sodass diese vom Konsumenten an der Unterseite aufgerissen werden muss. Entsprechende Verschlusstechnik-Seminare sind beim Zentralverband zu buchen. § 11. Der Verkauf ganzer Brotlaiber erfolgt bevorzugt geschnitten, geschnittenes Brot verdirbt schneller. Dies kann zudem beschleunigt werden, indem geschnittenes Brot in Plastik statt in Papiertüten abgegeben wird. Schneidemaschinen werden vom Zentralverband gestellt. § 12. Bei allen Maßnahmen ist stets zu beachten, dass vor allem die Klientel für Fertigbelegtes in der Regel auf Durchreise ist und nicht begeistert werden muss, da ein erneuter Besuch ohnehin von vornherein ausgeschlossen ist. Okay, spannend, dass ihr genau da beim Erd zum ersten Mal klatscht. Ja, es ist, also wer sich durch Berlin bewegt und mal versucht an großen Umsteigebahnhöfen oder am Flughafen, Gott bewahre, ein Brötchen zu kaufen, es macht keinen Spaß mehr. Ich lese weiter und zwar ein bisschen was vom Bauen. Ich habe vor ein paar Jahren den Fehler gemacht, eine Bar zu kaufen aus Versehen. Ja, es war nicht wirklich geplant. Und die umzubauen und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich da so erwartet. Und ich habe ein paar der Sachen in dem Buch, ein paar noch nicht, die gibt es dann im nächsten Buch. Bauen ist aufregend, sage ich euch. Sind die Halteverbotsschilder vor der Tür von Ihnen? Fragt mich mein Handwerker. Er soll in den nächsten Wochen helfen, eine Renovierung eines klitzekleinen Ladencafés voranzutreiben. Nein, antworte ich wahrheitsgemäß. Ich stelle mir hier doch kein Halteverbot auf. Naja, jetzt nicht sie persönlich, aber vielleicht ein anderes Gewerk, auch für die Baustelle hier. Nee, nee, sicher nicht. Schauen Sie mal. Also, da drüben auf der anderen Straßenseite, da ist eine Baustelle. Die haben hier eine Spur gesperrt und dann mit den gelben Linien hier quer über die Straße und deshalb darf man hier jetzt halt nicht parken. Aha, macht der Handwerker. Ja, und da hinten zwei Häuser weiter, da ist ja auch eine Baustelle. Ja, aber, versucht der Handwerker dazwischen zu kommen, nee, nee, und dort, da ist ja noch diese andere Baustelle, ergänze ich schnell. Aha, macht er nun wieder und geht auf die Straße, um sich das Schlamassel anzugucken. Ich schaue mir das aus dem Augenwinkel heraus an und als er nach einer halben Stunde immer noch versucht, im Regen auf der Straße das Chaos der verschiedenen Halteverbotsschilder zu entziffern, gehe ich zu ihm raus. Hier sind ja so viele Schilder, ruft er mir entgegen. Zucke mit den Achseln. Eigentlich darf pro Hausnummer immer nur ein Schild gleichzeitig genehmigt werden vom Ordnungsamt. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Tja, ich habe da schon seit längerem folgende Theorie, antworte ich ihm. Da sitzt ein Schimpanse im Ordnungsamt, der einfach sämtliche Anträge für Parkverbote genehmigt. Total egal, ob die sinnvoll sind oder nicht. Schauen Sie mal hier. Ich habe mir das neulich auch mal genau betrachtet, weil man hier ja nirgends mehr parken kann inzwischen. Vor dem Haus da, da gelten gerade vier Parkverbote gleichzeitig. Vier. Das kann doch nicht sein, besteht der Handwerker auf Recht und Ordnung. Doch, doch, gucken Sie sich das nur in Ruhe an. Das ist hier im ganzen Viertel so. Schätze, die Hälfte der Parkzone ist aktuell verboten. Parkzone? Fragt mich der Handwerker entgeistert. Parkzone? Ja? Frag ich zurück. Huy, kommen Sie mal mit zu dem Auto bitte, fordert er mich auf. Ich begleite ihn, eröffnet den Laderaum des vorbildlich quer über den Gehweg geparkten Transporters. Ich sehe Halteverbotsschilder. Noch mehr davon. Also, die habe ich nämlich beantragt, damit ich hier stehen kann irgendwo, erklärt er mir auf mein fragendes Gesicht hin. Ja, und wo wollen Sie die genau aufstellen? Frag ich zurück. Er guckt in den Genehmigungsbrief vom Ordnungsamt. Genau hier. Er deutet mit seinen Armen auf einen Bereich, den er wohl der Kennzeichnung des Briefes entnimmt, in dem aber schon zwei Parkverbotsschilder stehen. Ja, wohl eher nicht, sag ich. Sieht so aus, sagt er. Und was jetzt hier mit Parkzone? Nein, die Parkscheinautomaten da, die sind ja jetzt keine Deko, gebe ich zurück. Also, ui, sagt er und macht sich jetzt erstmal ein Bier auf. Gucke auf die Uhr, halb elf, gute Zeit, Zigarette dazu. Er setzt sich verzweifelt auf seine Ladefläche. Ist doch nicht so schlimm. Bleiben Sie halt hier auf dem Gehweg stehen, versuche ich ihn zu trösten. Nein, das ist es nicht, sagt er. Also ja, klar, hätte ich mir die Gebühr und den Aufwand und die Schilder und das alles jetzt auch irgendwie schenken können. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich zuck mit den Schultern. Das geht gar nicht, was die mir genehmigt haben. Ich gucke doof. Ja, klar, sage ich, weil hier schon Halteverbote sind. Ja, auch, aber nee. In einer Parkzone, da kann immer nur eingeschränktes Halteverbot genehmigt werden. Nie uneingeschränktes. Aber jetzt gucken Sie mal auf den Brief hier. Ich habe ausdrücklich uneingeschränktes genehmigt bekommen. Ich lache nur. Wer nimmt noch ein Bier? Schimpansen, sagen Sie also. Was schätzen Sie, wie viele Stellen braucht man zur Eröffnung eines winzigen Cafés? Ich weiß die abschließende Antwort auch noch nicht. Ich stehe aktuell bei elf. Stadtplanung, Bauaufsicht, Lebensmittelaufsicht, Gewerbeamt, Bürgeramt, dem einen Finanzamt, dem anderen Finanzamt, der Gleichstellungsbeauftragten, Ordnungsamt, der IHK und dem Notar. Und falls Sie jetzt denken, die beschäftigen sich miteinander? Fehlanzeige. Die beschäftigen alle mich, damit ich die anderen beschäftige. Ortstermin, Gewerbeamt. Guten Tag, ich würde gerne einen Kaffee umbauen. Beamtin, oh Gott, hoffentlich haben Sie keinen Antrag online gestellt. Ich? Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Das nehme ich das Komplizierteste. Mhm. Ich dachte, das würde alles vereinfachen. Pfff, haben Sie? Dann wäre ich ja nicht hergekommen. Ich habe da ein paar Fragen. Ich dachte, das lässt sich im Gespräch am einfachsten klären. Hm. Wie soll denn die Firma heißen? Ich sage ihr den Firmennamen. Ja, da sind Sie bei mir richtig. Fast hätte sie leider ausgesprochen. Aber ihr Gesicht sagte mir das trotzdem. Okay. Ich habe übrigens, nachdem ich das geschrieben habe, hat mir ein befreundeter Anwalt mal erklärt, dass man in Berlin im Studium, im Jurastudium bis heute lernt, folgenden 130 Jahre alten Grundsatz. Der preußische Beamte prüft zunächst seine Zuständigkeit und verneint sie. Ähm. Das habe ich sehr oft erlebt. Ja, da sind Sie bei mir richtig. Leider. Ich so? Ja, Buchstaben kann ich schon. Hm. Ja, worum geht's denn? Ja, also da war vorher schon mein Laden drin und wir würden jetzt hier gerne in Erfahrung bringen, was genau wir alles brauchen für eine Genehmigung. Die Dame druckt uns eine lange Liste von Dingen aus, die vorzulegen sind. Mietvertrag, Hygieneunterweisung, der IHK, Führungszeugnis, dergleichen mehr. Ich? Was ist das? Na, mit diesem Papier gehen Sie jetzt bitte zum Bürgeramt. Und dann? Na, dann wissen die Bescheid, was zu tun ist. Moment, mein Job besteht jetzt darin, Papier zwischen den Ämtern hin und her zu tragen? Ernsthaft? Haben Sie keine Dienstpost? Ein Paaramtin guckt böse. Ja, das müssen Sie schon selber machen. Ist doch Ihr Laden. Hm. Und was jetzt hier mit diesen baulichen Anforderungen? Puh, also zu Ihrer Adresse habe ich im Computer gar nichts. War da sicher schon mal ein Gewerbe drin? Ja, natürlich. Ja, ist total komisch. Keine Pläne. Ja, ja. Und nun? Na, haben Sie denn keinen Bauantrag vom Bauamt gestellt? An dieser Stelle gucke ich zum ersten Mal nach links. Dort sitzt der Architekt, den ich für jede Stunde bezahlen muss. Eigentlich hatte ich die Umbaumaßnahme für eher trivial gehalten. Die Handwerker hätten das vermutlich auch ohne Architekt geschafft. Nach Aussage des einen oder anderen Handwerkers sogar schneller. Aber das Bauamt hat mir freundlicherweise mitgeteilt, dass ich nicht berechtigt wäre, die auf der Webseite verfügbaren Formulare herunterzuladen, auszufüllen und einzusenden. Vorlageberechtigt, wie das heißt, ist man nur als Architekt. Und eben jener spricht jetzt. Ja, natürlich haben wir einen Bauantrag gestellt. Aber es gibt ein paar Besonderheiten, die sollten Sie vielleicht auch gesondert genehmigen. Die Aufschlagrichtung der Tür ist laut Gaststättenverordnung. Beamtin? Das ist mir egal. Wir machen eine Abfrage beim Bauamt. Und wenn das für die in Ordnung ist, dann ist das für uns auch in Ordnung. Moment, Sie machen die Abfrage? Ja, klar. Und warum machen Sie dann nicht auch die Abfrage beim Bürgeramt und bei der Lebensmittelaufsicht? Warum muss ich denn da hin? Na, das sind ja ganz andere Behörden. Stellen Sie sich das denn vor. Glücklicherweise sitzt eine dieser ganz anderen Behörden im gleichen Gebäude. Eine Etage tiefer. Lebensmittelaufsicht. Eine Stunde später. Gleiches Spiel. Wie heißt die betreibende Firma? Ich sage den Firmennamen. Ja, da sind Sie bei mir richtig. Fast hätte sie leider ausgesprochen. Aber Ihr Gesicht sagt mir das trotzdem. Ja, Buchstaben kann ich schon. Worum geht's denn? Wir planen den Umbau einer Gewerbeeinheit und dafür brauchen wir auch Ihre Genehmigung. Beamtin tippt im Computer rum. Hörst du, alles kein Problem. Hier habe ich ja die ganzen Grundrisse von den vorherigen Betreibern. Ich, sie, 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 was? Na, da war doch schon mal was drin. Wie viel ändern Sie denn? Der Architekt erklärt. Beamtin? Also wissen Sie, ich bin ja ganz alleine für tausend Gaststätten. Kontrollieren kann ich das sowieso nicht. Also wenn Sie mir hier unterschreiben, dass das alles in Ordnung ist, dann passt das schon. Außerdem machen Sie ja auch noch die Schulung bei der IHK. Ich besorge mir also schnellstens Termine beim Bürgeramt und der IHK. Schnellstens bedeutet in Berlin so ungefähr in vier Monaten für einen Termin um 11 Uhr vormittags an einem Mittwoch am anderen Ende der Stadt. Ich komme vom Gewerbeamt. Ja, ja, ich sehe schon. Ach, Sie wissen also schon Bescheid, was zu tun ist. Beamtin? Beleidigt? Ja, natürlich weiß ich, was ich hier tue. Ja, zwei verschiedene Verwaltungsakte. Also technisch gesehen müssten Sie sich sogar zwei Termine holen hier. Aber wollen wir mal nicht so sein. Jedenfalls müssen wir das jetzt hier nacheinander machen. Und Sie müssen auch in zwei getrennten Abrechnungen bezahlen. Aha. Wollen Sie das nach Hause geschickt haben oder soll ich das direkt zum Gewerbeamt schicken? Na, funktioniert Ihre Hauspost denn? Ich meine, das Gewerbeamt hat ja meine Mithilfe gebraucht, um dieses Papier von dort hierher zu bekommen. Na, hören Sie mal. Der Brief kommt direkt aus Bonn. Sie guckt und erwartet irgendwie einsichtiges Verhalten meinerseits. Als sei das Erklärung genug. Und Briefe aus Bonn, die gehen nie verloren oder was? Beamtin? Froh darüber, dass ich es verstanden habe? Ja, genau. Aha, aha. Ja, aber komisch ist das ja schon, oder? Also ich meine, hätte sich doch das Gewerbeamt jetzt auch selber in Bonn bestellen können jetzt oder nicht? Wie stellen Sie sich das denn vor? Sollen die sich hier einen Termin bei mir holen und sich hier ins Wartezimmer setzen und das für Sie beantragen oder wie? Ist doch eine ganz andere Behörde. Die sind doch dafür gar nicht zuständig. Die Vision, dass der ganze Verwaltungsakt irgendwie an ihr vorbeilaufen könnte, die hat sie nicht. Und meine Erklärung dazu versteht sie auch nicht. Weil sie so gestresst ist. Ortswechsel? Zwischenzeitlich hat sich die Bauaufsicht beim Architekten gemeldet, der mich telefonisch darüber auf dem Laufenden hält. Die Aufschlagrichtung der Kellertür gefalle dem Amt nicht. Da die letzte Treppenstufe der Kellertreppe nicht breit genug sei. Klar. Ich? Mir doch egal. Haben die sonst nichts? Architekten? Naja, also die Gleichstellungsbeauftragte, die muss noch ein gesondertes Gutachten abgeben, weil die Treppenstufe vor dem Laden ja nicht rollstuhltauglich ist. Wie können wir das denn, wir können das da draußen auch abschrägen? Ja, nee, das geht nicht. Dann müssen wir ins öffentliche Land. Ja, wenn die das so wollen? Nee, das sind verschiedene Behörden. Also die Bauaufsicht, die fragt die Gleichstellungsbeauftragte wegen der Behindertenfreundlichkeit. Das heißt aber noch nicht, dass das Tiefbauamt damit einverstanden ist, wenn wir eine Rampe ins öffentliche Straßenland bauen. Mhm. Aber die gehören doch sogar zum gleichen Amt, dachte ich. Ja, das ist kompliziert. Habe ich noch gar nicht bemerkt. Ja, also die haben nämlich schon gesagt, dass die Stufe eigentlich weg muss. Welche Stufe? Na, die besagte Treppenstufe. Mhm. Aber wenn ich die wegnehme, dann kommt man ja gar nicht in den Laden. Also gar keiner. Nicht nur die Rollstuhlfahrer nicht. Einfach niemand. Da muss ja jeder eine Leiter mitbringen. Ja, das ist ja der Stadtplanung egal. Die Treppenstufe ist jetzt schon auf dem Gehweg. Die finden keine Unterlagen darüber, dass das mal genehmigt wurde. Aber so wie es aussieht, ist die noch aus DDR-Zeiten. Deshalb hast du da Bestandsschutz. Mhm, das ist ja großzügig. Ja, aber das bedeutet aber auch, du darfst die nie, nie, nie verändern. Nie. Jede Veränderung wäre genehmigungspflichtig bei der Bauaufsicht. Und die Stadtplanung müsste ihr Territorium entscheiden. Und die Genehmigung erhältst du nie. Wie einst in Heisel 72. Neulich habe ich mir ein altes Fußballspiel angesehen. Nicht eins vom Vortag. Das finde ich witzlos. Man kennt das Ergebnis, egal wie sehr man sich anstrengt, es nicht mitzubekommen. Und dann fehlt ein bisschen die Spannung. Wenn der Stürmer schießt oder es einen Elfmeter gibt und der Endstand irgendwie schon erreicht ist. Ein bisschen wie eine Hollywood-Schnulze, wo sie schon von vorher rein wissen, dass die am Ende zusammenfinden. Nee. Ich war krank. Das Wetter war grau. Das Sofa war neu. Und ich fand eine DVD, sowas gab es mal, die mal bei einer Zeitschrift gratis dabei lag. 1972 Fußball-Europameisterschaft. Legendär. Finale. Brüssel. Westdeutschland gegen die Sowjetunion. Aus dem Kopf konnte ich mehr Spieler aufsagen, als von der Nationalmannschaft, die 2000 an der Europameisterschaft an gleicher Stelle teilnahm. Obwohl ich damals schon jedes Spiel am Fernseher verfolgt habe. Sepp Mayer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Günther Netzer, Uli Hoeneß, Jupp Heynckes, Gerd Müller. Was für eine Mannschaft. Jahrhundertelf. Denkste. Lassen Sie mich die Highlights kurz zusammenfassen. Das Atomium ist immer im Bild, da das Heiselstadion noch kein Dach hat. Der Rasen ist erstaunlich grün dafür, dass es das Ende eines langen Turniers ist. Vermutlich, weil das Stadion noch kein Dach hat. Das Logo der EM war noch eines, was über sagenhafte neun Europameisterschaften von 1960 bis 1992 immer wieder genutzt wurde, dem nur die Flagge des jeweiligen Gastgebers angepasst wurde. Und das noch von Grafikern aus Agenturen ohne Kokainspender ersetzt wurde. Die Bandenwerbung ist ein Fest für jeden Retro-Liebhaber. Alle Spieler haben die gleichen Schuhe an, bei deren Betrachtung man keine Augenschmerzen bekommt. Dummerweise kamen die Einheitsschuhe wohl auch mit einer Einheitsfrisur, was die Unterscheidung der Spieler quasi unmöglich macht. Aber ich wollte ja von den Highlights reden. Die Trainingsjacke von Beckenbauer, in der er den Pokal in Empfang nimmt, die ist richtig schön. Allein die Tatsache, dass ich all das nebenbei bemerken konnte, sagt einiges über das Spiel an sich. Sagen wir mal, man hat generell viel Zeit als Zuschauer. Die Spieler traben behäbig über den Platz. Mehrmals wird mit Ball am Fuß über 50 Meter spaziert. Vor dem 1 zu 0 läuft Beckenbauer durch ein Spalier von sieben oder acht Russen. Und keiner denkt auch nur daran, ihn anzugreifen. Selbst wenn man heute zu einem Spiel der zweiten, dritten oder vierten Liga geht, ist das deutlich athletischer. Sogar bei Union. Auch wenn ich da gerne was anderes behaupte. Ja, da, ich hab's gesagt. Der Ballführende wird nach zwei Metern angegriffen. Der Sprint als solcher war 72 wohl noch nicht erfunden. Dadurch gab's auch keine Notwendigkeit zum Passen. Bundestrainer Helmut Schön kommt quasi überhaupt nicht ins Bild. Er wechselt nicht einmal aus. Und geht zum Kühlschrank, holt ein Bier, kommt zurück. Spiel hat sich nicht verändert. Als Stunde Netzer fest verwurzelt da, mit dem Ball am Fuß. Beim heutigen Spiel hätte ich da vermutlich zwei Torschüsse verpasst. Bin nicht sicher, ob Franz Beckenbauer am heutigen Fußball auch nur eine Halbzeit durchhalten würde. Es ist, als würde man Rugby und American Football vergleichen. Gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber es ist nicht das gleiche Spiel. Ja und nun? Das Poster von 72. Das sieht einfach cooler aus, als jedes, was danach kam. Das darf bleiben. Die DVD hab ich weggeworfen. Und die von 2000 gleich mit. Ungesehen. Nichts für ungut. Carsten Ramelow, Marco Rema, Sebastian Deißler, Jens Jeremies und Ulf Kirsten. Jetzt kommen einige sehr neue Geschichten. Die hier heißt 1990 oder wie Opa vom Krieg. Wie genau ich da reingeraten konnte, weiß ich heute auch nicht mehr. Man rutscht halt einfach so rein in Dinge. Ich wohne und arbeite mitten in Berlin für digitale Start-ups. Deren Geschäftszweck man der Oma beim 90. Geburtstag nicht mehr in zwei einfachen Sätzen erklären kann. Regelmäßig bin ich nicht nur der älteste Mitarbeiter im Raum, sondern auch der einzige, der im real existierenden Sozialismus geboren und eingeschult wurde. In manchen Momenten komme ich mir komisch vor, wenn fünf Mittzwanziger mit fünf verschiedenen Muttersprachen von vier Kontinenten mich dann wieder mal so angucken, als wäre ausgerechnet ich der absolute Exot. Start-up Büro an meiner Sitzinsel, 17 Uhr. Rechts leuchtet der Fernsehturm im Abendlicht, links hocken drei Leute kreativ auf dem Sofa. Vor mir wird schon ein Kickerturnier ausgetragen. Wie im Lehrbuch. Ich versuche noch schnell was zu arbeiten. Kollege kommt zu mir. Ich, was ist das? Abdelhafit, na wie sieht's denn aus? Berliner Pilsner? Scheliner, du hast es erfasst. Gut, oder? Naja, nee, eigentlich nicht. Ich muss hier noch was fertig machen. Ivan? Ja, aber wir haben beschlossen, du musst uns jetzt was vom Sozialismus erzählen. Ja, Moment mal, halt mal, du kommst doch selber aus einem früher sozialistischen Land. Ja, danke, das weiß ich auch, aber ich bin nun mal nicht im Sozialismus geboren, sondern 1994 im Topokapitalismus, schon vergessen. So, Nil, so alt bist du? Ich, ja, super, danke auch. Opa soll also vom Krieg erzählen, ja? Scheliner, den hast du noch erlebt? Ja, ich, welchen Krieg denn? Na, was weiß ich, ihr alten Leute, redet doch immer irgendwie vom Krieg. Normandie, Vietkong, was weiß ich. Abdelhafit? Oh Mann, jedes Kind weiß, dass das verschiedene Kriege waren. Danke. Scheliner, du warst in mehreren Kriegen? Oh Gott, wenn du so weitermachst, trinke ich doch noch dieses furchtbare Bier. Wieso furchtbar? Ich dachte, du kommst aus Berlin. Ja, tue ich doch auch, also so ungefähr zumindest, aber deshalb muss ich doch das nicht trinken. Und dort nehme ich das, sagt Abdelhafit. Du, du, du trinkst? Hä? Ja, logisch, pack mal deine Vorurteile ein. In meiner Community trinken alle. Der Einzige, der hier keinen Alkohol trinkt, ist er da. Er zeigt auf Ivan. Komplizierte Welt für einen alten Mann. Und du findest das nicht lecker? Hm, ist mir ein Rätsel, wie sich ausgerechnet das bitterste und widerlichste der Berliner Biere durchsetzen konnte, um von den ganzen jungen, hippen Leuten getrunken zu werden. Ja, aber das gibt's doch in den ganzen Clubs. Ja, ich trinke das auch im Club, was denn sonst? Ich kann doch nicht die ganze Zeit Gin Tonic trinken? Oder meinst du nur, weil ich aus einem muslimischen Land komme? Ivan schüttelt verächtlich den Kopf. Alkohol. Ja, was ist denn nun mit dem Sozialismus? Naja, was soll damit sein? Der ist vorbei. Ja, sonst wären wir ja jetzt nicht hier. Alle gucken fragend in die Luft. Du meinst, du wärst eventuell nicht hier bei uns? Also, ich glaub, keiner von euch wäre hier. Wieder gucken alle total fragend. In Berlin war doch tot, hier war doch nix. Die Gesichter vor mir sind jetzt derart leer und ausdruckslos, als redete ich auf Suahili. Entweder weiter ausholen oder radikal verkürzen, denke ich mir. Ich schau nochmal auf die angefangene E-Mail auf meinem Bildschirm, klapp den Laptop zu. Also, ich mag diese Gespräche ja wirklich sehr. Die sind ja irgendwie der Inbegriff des Berliner Arbeitslebens. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, dass das hier nicht immer eine hippe junge Stadt war, wo mächtig was los war und in die alle Startups der Welt wollten? Na, aber hier wurde doch der Computer erfunden. Ja, es kommt jetzt drauf an, wie man Computer definiert. Und das Kondom. Hm. Ja. Hm. Echt? Ja, und Siemens. Und David Bowie war auch hier. Ähm, ja, okay, ihr wisst ja gut Bescheid. In West-Berlin war der. Naja, aber ja, sonst ging ja nicht viel. Also, du meinst, außer David Bowie, IG Pop, Siemens, Kondom, Computern, elektronischer Musik, Panzern, Subkultur und mehr Drogen als irgendwo sonst, ging in Berlin nichts? Ich kenne Orta, da war eventuell sogar noch weniger los. Kannst du dir das vorstellen? Nein, gucke bescheiden, Punkt für Schelina. Und du warst im Osten? Ja, der Sozialismus war eher im Osten. Und ihr wart nie im Westen? Also, es war ja nicht weit weg, oder? Nicht weit, aber doch irgendwie unendlich weit. Meine Mutter hat am Max-Engels-Platz gearbeitet. Wo? Am Hackischen Markt. Ach so, der hieß wie? Max-Engels-Platz. Alte Männer, kennt ihr nicht, egal. Das waren vielleicht anderthalb Kilometer bis zur Grenze, aber ich glaube, dass West-Berlin, was ihr meint, die WG von David Bowie und IG Pop, die Hansa-Studios, Christiane F. Westbam, die Graffiti-Szene, das war alles weiter weg als das Schwarze Meer, die Krim der Kaukasus. Ja, aber heute ist das Bunte doch eher im Osten? Naja, das ist erst nach dem Fall der Mauer passiert. Ohne Sozialismus. Und ihr wart also eingemauert, ja? Ja, also streng genommen. Waren eher die West-Berliner, die, die von uns eingemauert wurden. Ach, da hast du mitgemauert? Ne, so alt bin ich gar nicht. Als ich geboren wurde, da stand die Mauer schon. Ich war halt nur da, als sie verschwand. Ja, endlich, dafür sind wir hier. Also, wo warst du denn an dem Tag, als die Mauer fiel? Naja, ich war ein Kind, acht oder neun, was weiß ich, wahrscheinlich war ich im Bett. Kann mich an den Tag überhaupt nicht erinnern und auch an den Tag danach nicht. Weißt du denn gar nichts mehr aus der Zeit? Naja, doch, doch, an ein paar Sachen, da kann ich mich erinnern. Ich war Jugendpionier. Was warst du? Jugendpionier. So eine Erfindung zur frühzeitigen militärischen Erziehung mit Ordnung und Uniform und so, haben sie von den Nazis übernommen. War das nicht das Gleiche? Gib mir doch mal das Bier. Ey, das ist jetzt leer, warte, ich hole Neues aus der Küche. Nein, das ist jetzt nicht das Gleiche. Also nicht im Sinne deiner Frage. Ein paar Methoden wurden vielleicht übernommen, aber wir hatten Frieden. Und keine industrialisierte Menschenvernichtung. Und ich war Kreismeister im Angeln. Boah, ernsthaft? Wie langweilig war es denn bei euch bitte? War das Internet zensiert? Es gab keins. Was? Es war noch nicht erfunden. Ne, 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 das kann nicht sein. Ich habe im Studium gelernt, das gab es schon zu Zeiten des Vietnamkriegs. Und da warst du ja angeblich nicht. Puh, touché. Du warst nämlich doch im Krieg. Ne, wirklich nicht. Mein Opa, der war im Krieg, aber auch nicht in Vietnam, aber egal. Also, ich war jedenfalls nicht. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich. Ihr musstet euch doch in Afghanistan die Köpfe einschlagen. Ich zeige auf Ivan und Shilina. Hä, war das nicht viel später? Ivan, nicht so wichtig. Abdelhafit hat neues Bier geholt. Hier, neues Bier, Prost. Ja, was wollt ihr denn nun wissen? Ja, wenn wir das wüssten, wären wir ja nicht da. Ich kann mich an den Tag des Mauerfalls nicht erinnern. Ich kann mich an den letzten Mauertoten erinnern. Da war schlechte Stimmung zu Hause wegen der Nachrichten. Das war im Februar. Was, da sterben immer noch Leute? Februar 1989. Jetzt gucken wieder alle, als würde ich vom Urknall reden. Ja, da war ich schon am Leben. Und ich kann mich erinnern, dass das obligatorische Honecker-Bild im Klassenzimmer irgendwann ausgetauscht wurde gegen das von Egon Krenz. Ich weiß noch, dass meine Mutter dazu gesagt hat, dass die da noch gar nichts verstanden haben in der Schule. Leere Gesichter. Schon wieder. Erich Honecker? Nichts. Wirklich spannend, welche Details der nachfolgenden Generation bekannt sind und welche nicht. Hattet ihr auch so lustige Autos? Ja, tatsächlich. Wir haben noch recht spät einen neuen Trabant bekommen. Nach 16 Jahren Wartezeit oder so. So um 1988 rum muss das gewesen sein. Den haben meine Eltern dann nach der Wende noch gut verkauft bekommen. An so einen abziehenden Rotarmisten. Ich gucke zu Ivan rüber. Das regt nichts in ihm. Aha. 1990 ging dann irgendwie alles ganz schnell. Irgendwann hing da Weizsäcker im Klassenzimmer. Von dem habt ihr auch noch nicht gehört, oder? Fünf junge Menschen schütteln den Kopf. Meine Klassenlehrerin wurde dann schnell verrentet oder so. Die war dann weg. Die hatte vorher immer ein Problem mit unserem Medienkonsum. Weil es doch schon Internet gab. Nee, wirklich nicht. Also wir hatten zumindest keins. Wir hatten ein Telefon, weil wir mitten in der Straße waren. Ein Doppelanschluss. Dem hat man sich geteilt, wo man das andere Gespräch mithören konnte. Aber immerhin Telefon. Und eine Berliner Nummer. Abdelhafid. Sieg ist gewiss. 030. Nee, 0372. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Es war nach der Wende die Vorwahl, mit der wir in Ostberlin angerufen werden konnten. Was davor war, weiß ich aber auch nicht mehr. Und das war irgendwie kompliziert. Aber man wurde eigentlich auch nie angerufen. Irgendwann um 1990 oder 1991, da kann ich mich erinnern, da stand ich mal mit ein paar Freunden auf unseren Fahrrädern an so einer Straßenecke in unserem Vorort. Und es kam ein Wessi vorbei in seinem Westauto, der telefonieren wollte. Und wir haben ihn zu einer Telefonzelle begleitet. Aber nee, es gab auch noch keine Mobiltelefone. Davon habe ich gehört. Ah ja, das muss 1991 gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Da war dieses Graffito. Das kann ich mich erinnern. Das erste bei uns in der Gegend. Kein Blut für Öl war das. Ich weiß es noch genau. Ich zeige auf Schelina und Abdelhafid. Hey, warum zeigst du immer auf mich? Ach, oh egal. Auf einmal war da jedenfalls Graffitis. Und bei uns, das war so ein bisschen unwirklich. Meine Mutter erzählt heute immer gern, dass ich bei unserem ersten Ausflug nach West-Berlin angeblich alle Getränkedosen einsammeln wollte, die da auf der Erde lagen, weil ich die gesammelt habe. Aber auch daran kann ich mich eigentlich nicht wirklich erinnern. Aber nein, es gab auch noch keinen Dosenpfand. Jetzt gucken wieder alle, als hätte ich die Dinosaurier persönlich ausgerottet. Schelina verliert schon mal die Lust an dem langweiligen Mist. Sie macht sich ein drittes Bier auf. Ivan? Tio Chirurski? Ich? Nee, dafür bin ich genau ein Jahr zu jung. Die haben dann irgendwann bei uns in der Schule in einer schnellen Entscheidung eine Englisch-AG aufgemacht. Da habe ich dann ab der vierten Klasse nachmittags Englisch gelernt. Ich weiß auch nicht mehr so ganz, wie das kam. Aber wir saßen dann beim alten Konsum, ganz seltsam. Schelina kickern? So, Nil? Ja klar, ich gewinne. Weg sind sie. Ob sich Opa genauso fühlt, wenn er vom Krieg erzählt? Es gibt eine Geschichte. Die heißt Wodka, Schlüssel und andere Katastrophen. Die musste ich mir jetzt eben kurz suchen. Aber ich habe sie. Ich werde wach, oder wie auch immer man das nennt, wenn das Gehirn am frühen Morgen den Tiefschlaf verlässt, aber noch für weitere zwei, drei Stündchen auf Sparflamme arbeiten möchte. Die Fähre schaukelt noch immer so herrlich beruhigend, dass man eigentlich direkt wieder einschlafen könnte. Mein erster Gedanke ist, dass man sich selbst für kurze Fährfahrten nach einem eventuellen Lottogewinn eine Kabine mit Balkon leisten sollte. Viel Sauerstoff ist nämlich nicht mehr übrig. Meine Nase ist verstopft, mein Mund ist trocken. Ich mache ein Auge auf. Nur eins. Und auch nur ein bisschen. Furchtbar. Alles aus einem Plastikguss. Das ganze Zimmer. Den Designer müsste man eigentlich lebenslang in so einer Kabine einschließen. Ich drehe mich um, überprüfe die Anwesenheit von Princess Consuela Banana Hammock. In dem anderen Plastikbett am anderen Ende der Kabine. Tatsächlich ist die Kabine mit zwei Betten voll. Sofern mein eines halb geöffnetes Auge und die eine halbfache Gehirnhälfte mir keinen Streich spielen, ist er noch da. Sollte ich doch weiterschlafen? Nur ein kleines bisschen? Ach, wirst du auch mal wach, ja? Freundliche Begrüßung. Hätte eine Frau nicht besser hinbekommen, denke ich. Ja, auch guten Morgen. Freut mich ebenfalls sehr, dich zu sehen. Muss ich dir jetzt Blumen schenken? Pff, du bekommst echt gar nichts mit. Alter, was los? Ich schlafe noch. Ja, unfassbar, was du schlafen kannst. Ja, aber wird doch jetzt auch wieder dunkel draußen. Zumindest so ein bisschen. Hättest du nicht auch mal wieder schlafen, so nach einer Woche? Hätte ich gerne, ja. Nee, jetzt sag nicht, ich hab geschneicht, Mann. Gibt ja wohl niemanden, der besser schnarchen kann als du, höchst selbst. Nee, doch, also ja hast du, aber das stört mich ja nicht. Ja, und? Hast du schlecht geträumt, oder was? Prinzess Consuela der Banane Hammock rollt die Augen und schüttelt den Kopf. Als hätte er bei Mariah Carey persönlich gelernt. Ich hab versucht, dich zu wecken. Ja, wieso tust du denn sowas? Mich kann man nicht wecken. Das haben schon ganz andere versucht. Ich hab an die Tür geklopft. Von innen? Nee, von außen natürlich. Du warst draußen? Offensichtlich. Du warst gar nicht die ganze Zeit im Bett? Schlau kombiniert, ja. Wie spät ist es denn? Es ist 5 Uhr. An dieser Stelle kann ich nicht mehr zuhören. 5 Uhr. Eine Uhrzeit, bei der der große Zeiger um die 5 herum ist. Es ist keine Zeit, mit der ich mich irgendjemandem über irgendwas reden will. Ich will weiter schlafen. Ey. Ja? Ich war draußen. Das ist doch schön, hast was erlebt. Du hast mich aber nicht gehört. Sei doch froh, die meisten Menschen wollen doch, dass man nicht mitbekommt, wenn man nachts im Zimmer rumtont. Ich bin aber nicht mehr reingekommen. Ich mach nochmal ein Auge auf. Er liegt da, in Fleisch und Blut. Sieht für mich so aus, als seist du sehr wohl wieder reingekommen. Oder wieso liegst du jetzt da? Alter, ich hab mich ausgeschlossen, dann bin ich nicht mehr reingekommen. Ja, ich vernehme die Wörter, aber du bist ja jetzt da. Ich hab an die Tür geklopft, damit du mir aufmachst. Und? Du hast nicht aufgemacht. Und dann? Ich sehe an der Reaktion meines Gegenübers, so viel Empathie habe ich selbst morgens, dass er eine Entschuldigung erwartet. Kurz denke ich darüber nach. Entschuldigung, dass ich einen ordentlichen Schlaf habe. Er grunzt. Was wolltest du denn da draußen? Eine WhatsApp-Nachricht versenden? Wir haben doch hier WLAN in der Kabine. Hast du dir das gestern nicht extra gekauft für, was, 25 Dollar? Ja, es ging irgendwie nicht mehr. Musste ich hoch. Du warst doch strunzbesoffen. Ja, das war ja das Problem. Ja, in so einem Zustand schickt man besser eh keine Nachrichten. Ja, aber du warst doch noch in der Plastik-Nasszelle da, als ich gegangen bin. Wie schnell kann man denn einschlafen? Ach, echt? War ich? Ja. Und dann hast du dich wieder komplett angezogen und bist raus und alles? Ja, musste ich ja. Hm, und dann? Na, als ich wieder rein wollte, hast du das Klopfen nicht gehört. Ja, und dann? Na, habe ich weitergeklopft. Irgendwann bin ich müde geworden. War ja nun auch leicht anbetrunken. Dann habe ich mich irgendwie vor die Tür gelegt und mit den Füßen an die Tür getrommelt. Was hast du? Ja. Das sah bestimmt mega lustig aus. Ja, voll. Vor allem für die Nachbarn. Nachbarn? Ja, Mann, das ganze Schiff ist wach geworden. Du hast die Nachbarn geweckt? Na ja, jetzt nicht absichtlich, aber auf einmal standen alle Leute aus dem benachbarten Kabinen da im Flur, weil die meinen Klopfen gehört haben. Ey, bist du sicher, dass du an die richtige Tür geklopft hast? Jetzt sieht das schon wieder so aus, als wollte er eine Entschuldigung. Ich zucke mit den Schultern, weil es jetzt im Liegen mit Decke drüber vermutlich nicht so rüberkommt. Ja, und dann? Mann, erzähl doch mal endlich, wie du hier reingekommen bist. Naja, der Mann aus der Nachbarkabine hat gesagt, ich soll zur Rezeption und mir einen neuen Schlüssel holen. Und die geben einem einfach so einen Schlüssel. Ich hatte ja meinen Pass dabei. Okay, ich fasse das mal zusammen. Du hast wieder besseren Wissens mitten in der Nacht und stark alkoholisiert versucht, irgendwelche Liebesgrüße zu übermitteln und der Ausfall des arschteuren WLANs war dir nicht Warnung genug, also hast du dich ernsthaft wieder angezogen ohne Schuhe. Natürlich ohne Schuhe und bist mit Handy, barfuß, mit Reisepass ausgerüstet, an Deck herumspaziert und als du wieder zurück wolltest, hast du alle Nachbarkabinen geweckt, weil ich bekanntlich fest schlafe, bis dir ein Dritter geraten hat, dir an der Rezeption eine neue Schlüsselkarte ausstellen zu lassen, damit er in Ruhe weiterschlafen kann. Jetzt lacht Prinzess Consuela Banana Hammock. Immerhin, zwei neue Schlüsselkarten. Hier ist deine. Unfasslich. Kann ich jetzt weiterschlafen? Nein. Jetzt gibt's Frühstück. Ich geh nicht nochmal alleine raus. Das war eine Fähre. Das gab's früher. Das war eine andere Welt. Von St. Petersburg nach Helsinki, müsste die gewissen sein. Das war also die Fährfahrt. Und da ich nicht genau weiß, von welcher Geschichte wir reden, kriegt ihr die andere jetzt, die jetzt hier nahtlos anschließt, gleich dazu. Die heißt Wodka. Die Fähre aus Petersburg hat uns pünktlich um 7 Uhr in Helsinki ausgespuckt. Ich entscheide sicherheitshalber das Auto höchst selbst aus dem Bauch des Kahns zu steuern. Mein Beifahrer, er möchte auf ausdrücklichen Wunsch hin, hier Prinzess Consuela Banana Hammock genannt werden, hat nicht nur eine sehr unglückliche Unfallbilanz mit Fähreinweisern. Er hat auch die letzten 13 Stunden Fährfahrt überdies im Wesentlichen damit zugebracht, mit sich selbst zu wetten, ob man es schaffen kann, eine russische 1000 Passagiere-Fähre leer zu trinken. Ernüchtert, aber keinesfalls nüchtern, muss er nun feststellen, dass dieses Unterfangen mit Ach und Krach gescheitert ist. Die Finnen hatten, sowas habe ich noch nie zuvor und nie danach erlebt, ein Spalier aus drei Kontrollen in den Hafen gebaut, in für sie absteigender Priorität. Alkoholtest für den Fahrer des Autos, Passkontrolle, dann Zoll. Sie werden sicher ihre Erfahrungen haben und wissen warum. Die ersten Worte, die wir also in Finnland hörten, waren Alkoholkontroll, auf Anhieb überzeugend sympathisch. Grußformeln sind überflüssig. Ich schaue nach rechts auf den Beifahrersitz und nehme Reste von Vitalfunktionen wahr. Der Alkoholkontrollbeamte ist beeindruckt vom Wodka-Geruch, der vom gesamten Auto verströmt. Er hält mir ein Röhrchen hin und schafft, ohne ein einziges weiteres Wort zu sprechen, mir klarzumachen, wie lange ich dort reinzupusten habe. Das Ergebnis, was er abliest, irritiert ihn. Er blinzelt ein paar Mal. Wir sind vermutlich seine ersten Kunden heute Morgen. Er schnippt mit dem Finger gegen das Ding. Bleibt dabei. Seine Nase signalisiert ihm ganz klar Wodka. Aber sein Gerät sagt nüchtern. Er guckt mich nochmal an, dann auf das Häufchen neben mir. Er winkt uns weiter. Ich habe leider nie ergründen können, ob man direkt nach Russland zurückgeschickt wird, wenn man nicht nüchtern ist. Oder ob man einen Umweg über die Hafeneigene Ausnüchterungszelle nehmen darf. Die anschließende Passkontrolle verlief Schengen und so schneller als wir gucken konnten. Also insbesondere Princess Banana Hamok. Bei der Zollkontrolle hingegen wartete ein kleines Hindernis auf uns. Naja, vielmehr auf mich. Für Konversationen war von rechts ja keine Hilfestellung zu erwarten. Die Zöllnerin prüfte uns mit der Frage, was wir uns bei all dem gedacht hätten. Auf Englisch zwar, nicht auf Finnisch. Aber was antwortet man da? Und das auch noch an einem Montag, setzte sie nach. Warum habt ihr euch nur so schlechtes Wetter ausgesucht für einen Besuch in Helsinki? Das meinte sie also. Ich versuchte mich noch dafür zu entschuldigen, dass es regnete. Aber die Kontrolle ließ sich nicht länger verzögern. 7.15 Uhr, wir starten die Stadtrundfahrt im eigenen Auto. 7.16 Uhr, ich halte auf einem Seitenstreifen der Hafenzufahrt im Parkverbot, um meinen Beifahrer zu wecken und verwertbare Informationen bezüglich des gedachten Verlaufs der Stadtbesichtigung zu gewinnen. Kurzes Aufblitzen von Hirnströmung ruft in Prinzess Consuela Bananamok die Vision hervor, wir könnten den Dom von Helsinki sehen im eigenen Auto. Es dauert eine Weile in einer Stadt, die wir bis dato beide noch nie gesehen hatten und in der dadurch jegliche Orientierung fehlte. Die Beschilderung, die immer aussieht, als wäre ein Praktikant auf der Tastatur im Bereiche der Umlaute irgendwie verunglückt, ist hierfür auch keine nennenswerte Unterstützung. Erschwerend kam hinzu, dass Consuela als Navigator, nun sagen wir mal, erstaunliche Dienste vollbracht hat, die uns wahrscheinlich an viele schöne Ecken der Stadt geführt haben, nur eben nicht zum Dom. Zumindest nicht zu dem Dom, der in seinem Wodka-Kopf aufblinkte, als er vom Dom sprach. Wir sahen den Dom tatsächlich relativ zeitig, fanden dann den Weg zu einer anderen Kirche, Kallio, die wie so vieles in Helsinki nüchterne Touristen durch eine brutal klare Formsprache erschlägt, gepaart mit einer Auswahl von Materialien, die einem reflexartig Durst auf Wodka machen. Versprengt eingefügte Jugendstilelemente können einen dann auch nicht mehr retten. Wir fanden den Dom ein zweites Mal, danach einen Wochenmarkt mit süßen, rothaarigen Verkäuferinnen, die uns finnisches Gemüsefeil boten, vor allen Dingen flüssiges. Wir sahen den Dom ein drittes Mal, bestiegen dort einen zeitsiehigen Bus. Der Kopfhörer schnarrt mir ins Ohr, dass es des Finnen liebstes Hobby sei, Teppiche auf öffentlichen Plätzen zu waschen, wofür man da selbst extra Teppichwaschstangen aufgehängt hat. Ich glaube an einen Übersetzungsfehler oder zu viel Wodka und will mich zu Consuela Banana Hammock umdrehen. Das nächste, was ich verstehe, ist, dass wir im Hafen Rabatt für eine Hafenrundfahrt bekommen, wenn wir das Ticket der Stadtrundfahrt vorzeigen. Na gut, das versuchen wir entsprechend, dann auch direkt im Anschluss. Der Steward des Dampfers hat diesbezüglich eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Die schlechte zuerst, dies sei ein Busticket und er wisse überhaupt nicht, was er damit anfangen solle. Die gute, gestern war ihre Weihnachtsfeier gewesen, es ist Juni und er aber selbst noch so viel Restalkohol, dass ihm alles egal sei. Wir dürften dann jetzt gratis mitfahren. Nach dem Kapitän frage ich lieber nicht. Es gibt finnisches Bier und der Steward führt uns an seiner Bar in die hohe Lehre des finnischen Wodkas ein. Prinzess Consuela wird an diesem Tag nie zuvor und nie danach so aufmerksam sein. Das Zauberwort hieß Koskenkorva. Der Steward trinkt mit uns. Klar, der Klügere kippt nach, das sagt man ja auch zu Hause. Wie er im Havariefall die Ordnung aufrechterhalten will, ist mir ein Rätsel. Ich studiere die Lage der Notausgänge auf dem Evakuierungsplan. Viel zu viele Umlaute. Die Stimme auf dem Oberdeck berichtet, dass es des Finnen liebstes Hobby ja bekanntermaßen sei, am Wochenende die Teppiche an extra dafür vorgesehenen öffentlichen Plätzen zu waschen. Mit Kiefernöl. Ich muss dringend mehr trinken. Nicht ohne Stolz berichtet der Steward beim nächsten Besuch an der Bar, dass Finnland und Estland die einzigen Länder sind, deren Häfen jedes Jahr komplett zufrieren. Worauf Leute halt so stolz sind. Ein Grund mehr, die Weihnachtsfeier der Hafen-Rundfahrts-Schifffahrts-Mitarbeiter im Winter abzuhalten, denke ich noch. Dann kommt mehr Wodka. Süß, dieser Jugendstil. Darauf doch noch ein, oh Gott, wo ist Banana-Hamok? Ich liebe den Mittleren Westen und den Rust Belt, das wirklich wahre Amerika. Den Kontrast zu den Glasturm-Metropolen, den Kontrast zu allem, was floriert. Ich liebe die Midwesterner mit ihrer unnachahmlich bodenständigen, offenherzigen Teilenden und selbstironischen Art. Ich mag sogar manchmal den Anblick von ganzen Straßenzügen, aus denen noch der Geist ehrlicher Maloche quillt, die aber niemand mehr braucht. Vor allem aber muss man aufpassen, denn man wird als deutscher Exot schnell zum Bier eingeladen, schneller als in Köln an Rosenmontag. Ist das dein erstes Baseballspiel? Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage heute gehört habe. Und es gibt keine richtige Antwort darauf. Ich habe alle ausprobiert. Die Antwortmöglichkeit Ja führt zwangsläufig dazu, dass man zu einem Bud Light, Miller Light oder einer anderen Soße eingeladen wird, die nur trinkbar ist, weil sie auf 0 Grad gekühlt wird und jeden Geschmack verliert. Trinkt man schnell genug, um das Bier aufzuhaben, bevor es Geschmack bekommt, also bevor es warm wird, bekommt man Gehirnfrost, Kopfschmerzen wie beim Eisessen. Trinkt man zu langsam, wird es ungenießbar. Die Antwortmöglichkeit Nein führt zwangsläufig dazu, dass das Fragende gegenüber alles wissen will, was man über Baseball weiß, wo man denn schon mal war, ob man das Niveau der Miner League gut finde, welcher Lieblingswerfer genannt wird und überhaupt. Im Wesentlichen läuft es aber darauf hinaus, dass man ziemlich schnell ein Cors Light, Busch Light oder eine andere Soße in die Hand gedrückt bekommt. Weil man ja eigentlich doch keine Ahnung hat und das erste richtige Spiel ordentlich genießen soll. Die Antwort Vielleicht zaubert Fragenden ein mitleidiges Lächeln ins Gesicht. Bei dem Alzheimer kommt es nun auch nicht mehr drauf an, wenn man noch einen Backslide oder einen Kiste und Light obendrauf kippt. Der Trick mit diesen Light-Bieren ist neben der Temperatur, dass man sehr viele trinken muss, bis man etwas merkt. Habe ich getan. Die Antwort Ich weiß nicht hat mich in eine Diskussion verwickelt, ob ich denn sicher nicht beim Softball war. Das spielen ja nur Frauen und Kubaner. So gehe das sicher nicht. Hier wäre erstmal ein gescheites Jüngling Light oder auch ein Amstel Light. Jeden Einzelnen meiner Gönner habe ich gefragt, ob ich denn eine kurze Einführung in die Spielregeln haben könne, damit ich zumindest grundlegend dem Spielverlauf folgen könne. Ich erntete darauf hin so ziemlich alles von Schulterzucken, mildem Lächeln, das wohl sagte, das verstehst du sowieso nicht, schon gar nicht nach so viel Bier und Fluchtreflexen. Der Sport ist unfassbar populär. Ein Familienausflug, Riesen, Besäufnis, Party, Musik, Tanz, Klönen mit den Nachbarn, alles. Was ich bis dahin nicht wusste, die Regeln versteht absolut niemand. Das Grundgerüst des Spiels ist schnell verstanden eigentlich. Frappierende Ähnlichkeit zum deutschen Schulsportstunden-Brennball hilft dabei ganz sicher. Ein Ball bewegt sich innerhalb eines Spielfeldes und solange der Ball sich bewegt, versucht ein Spieler um das Feld herumzulaufen, wobei er vorgegebene Stationen hat, an denen er Halt machen kann. Der Stadionsprecher erklärt auch immer alles, als gäbe es nur Kindergartenkinder mit Erstkontakt zur Sportart auf den Rängen. Stelle sich vor, beim Fußball in Deutschland erklärte der Stadionsprecher jedes Mal, Dies war ein Foul, meine Damen und Herren, dieses Foul wird Ihnen präsentiert von unseren leckeren Chili-Cheese-Nuggets, jetzt gibt's Freistoß für die Gastmannschaft. Ohne diese Erklärung passiert auf den Rängen nichts. Erst danach wird ausgerastet. Daraus habe ich schnell geschlossen, dass das Spiel entweder niemand aufmerksam verfolgt, oder aber, dass dies einfach unmöglich ist. Die hübsch gestaltete Videowand hilft ebenfalls sehr, jedenfalls bis das Bier den Blick irgendwo außerhalb der Videowand scharf stellt. So gliedert sich ein Spiel in gleich neun Innings. Bei jedem Inning ist jede Mannschaft einmal offensiv und einmal defensiv. Die Gastmannschaft spielte in dunkler Kleidung, die Heimmannschaft in heller. So viel kann man gar nicht trinken, dass man das nicht mitbekommt. Dennoch war das so ziemlich die einzige Erklärung, die mir von meinen Sitznachbarn gegeben wurde. Siehst du, jetzt werfen wir wieder und die anderen sind defensiv. Wow. Wahlweise auch, den Ball hat er jetzt gefangen. Das unfassbar komplizierte System der Aufschlagwechsel habe ich nicht ergründet. Allerdings auch niemand, der nah bei mir saß scheinbar. Ebenso blieb weitestgehend unklar, wie und wann Punkte verbucht werden und welche gefühlt hundert Möglichkeiten es für einen Foul gibt. Ein Punkt ist ein Punkt, wenn der Stadionsprecher es eben ansagt. Dann wird sich gefreut und neues Bier geholt. Nach ungefähr drei Innings fragt mich ein deutscher Freund per WhatsApp, wie ich es denn finden würde. Ich antworte wahrheitsgemäß, dass ich finde, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Nach vier oder fünf Innings macht sich Ungeduld breit. Die Sonne schickte sich an, hinter den Tribünen zu verschwinden. Alle hatten irgendwie noch andere Verpflichtungen. Der Alkoholpegel erreichte gefährliche Ausmaße und überhaupt hätte man ja nun genug Spaß gehabt. Ich fragte, wie lange ein Spiel dauere? Neun Innings. Es sei denn, es gibt keinen Sieger, dann mehr. Ja okay, und das dauert wie lange? Na, neun Innings eben. Hm, Moment. Gibt keine Zeitbegrenzung? Ne, das Spiel kann theoretisch ewig dauern. Moment, halt dann die Mannschaft, die am Ende gewinnt, die kriegt gar keinen Applaus. Nö, beim Spielende ist in der Regel niemand mehr im Stadion. So, kommst du mit? Wenig hilfreich ist auch, dass das Spiel direkt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt wird. Die gesamte Liga besteht nur aus vier Teams und der Kalender muss trotzdem schön voll werden. Und ich hab keinen blassen Schimmer bis heute, ob die Toledo-Mathens oder die Louisville-Bets gewonnen haben. Ich hatte die Geschichte mal in meinem Podcast und daraufhin bekam ich tatsächlich Rückmeldung von jemandem, der sich mit der Sportart auskennt. Und danach war ich noch verwirrter als vorher. Angeblich wäre Amerika ein sehr traditionelles Land und man spielt Serien. Das heißt, die spielen tatsächlich immer fünf oder sieben, je nach Ligatage, aufeinander die gleiche Partie. Also man muss sich das so vorstellen, wie wenn Union hier gegen Freiburg spielt und das einfach wirklich sieben Tage hintereinander das gleiche Spiel einfach immer wieder von vorne angepfiffen wird. Und früher war es halt sehr aufwendig, irgendwie von A nach B zu kommen und wenn man dann einmal von San Francisco nach Los Angeles, nein, von San Francisco nach New York oder so gefahren war mit der Bahn drei Tage lang, dann wollte man da auch was von haben. Und dieses Prinzip haben sie einfach beibehalten. Das macht es einfach super unattraktiv, sich den Quatsch anzugucken. Weil, ja, das ist auch nie ausverkauft, das ist echt irre. Und man kann auch nicht auf- und absteigen, also diesen ganzen Wettbewerb habe ich überhaupt nicht ergründet. Und je mehr ich darüber höre und wenn nachher noch jemand kommt und noch mehr Insights hat, je mehr ich davon verstehe, desto mehr finde ich es komisch. So, ich gucke auf die Uhr, zehn Minuten, das heißt, wir machen noch eine. Jetzt nicht einer schnell irgendwas reinschreit. Dann heißt die letzte Geschichte für heute, willkommen im Hufeisen. Berlin ist einfach Berlin. Ja, die Stählen des Holocaust-Mahnmals zerbröseln schon nach zehn Jahren. Nein, der neue Flughafen ist immer noch nicht fertig. Also zumindest bei Drucklegung dieses Buches. Ja, wir haben sieben Jahre gebraucht, um die Staatsoper Zartrosa zu streichen und das hat 400 Millionen gekostet. Na und? Nein, die U5 ist auch zehn Jahre nach der Heim-WM noch nicht fertig verlängert. Wir haben halt erst damit angefangen, als Brüssel den Verbleib der Fördermillionen kontrollieren wollte. Und egal, wie lange und hartnäckig unbelehrbare Besserwessis auch behaupten mögen, der größte See sei der Wannsee. Es bleibt doch falsch, schon allein, weil der Wannsee überhaupt kein See ist, sondern nur eine Ausbuchtung der Havel, die obendrein auch der einzige Fluss ist, an dem Hertha von der Spree liegt. Ja, die Stadtautobahn wird noch unsere Urenkel beschäftigen. Nein, Tempelhof kann man nicht sinnvoller nutzen. Ja, die öffentliche Verwaltung ist gnadenlos kaputtgespart. Es dauert nun mal acht Wochen, bis man einen neuen Personalausweis beantragen kann, was jedes Jahr Zehntausende irgendwie nicht davon abhält, hierher zu ziehen. Aber wissen Sie was? Das alles beschäftigt einzig die Berliner selbst. Vielleicht noch die anderen Deutschen, die halb neidisch, halb missgünstig auf Berlin schauen, oft auch mit großer Schadenfreude, wenn mal wieder was nicht klappt. Aber den ausländischen Berlin-Besuchern, die ficht das alles nicht an. Ich selbst empfange oft und gerne Besuch aus Frankreich oder den USA und die lieben Berlin für alles, was es ist und was sie von Berlin gehört haben. Ins Stocken geratene Sanierungsarbeiten irgendeines Seitenarms des Landwehrkanals sind üblicherweise nicht die Nachrichten, die es bis nach Pennsylvania schaffen. Erstaunlich oft hingegen höre ich Lob über die Ordnung und Sauberkeit, die gesittenen Verhältnisse und das viele Grün. Liebend gern überlasse ich auswärtigen Freunden meinen Wohnungsschlüssel, auf das sie allein durch die Stadt manövrieren, die neueste hippe Galerie finden, von der sie gehört haben und nachts in aller Ruhe keinen Club reingelassen werden. Noch nie, wirklich noch nie, kam nachts um vier jemand nach Hause und verlangte noch einen letzten Drink, um über den Flughafen zu sprechen. Was aber mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit passiert, ist das, was niemand jemals so schön beschrieben hat wie Mark Twain. Der Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn war mal in Berlin. Und ich bin sicher, nachts um vier an irgendeinem Tisch in dieser Stadt hat er geflucht. Die Benennung der Straßen und die Nummerierung der Häuser Zuweilen ändert sich der Straßenname mitten in der Häusereihe. Man merkt dies erst bei der nächsten Ecke und weiß natürlich nicht, wo der Wechsel angefangen hat. In Betreff der Hausnummern herrscht ein Chaos wie vor der Erschaffung der Welt. Unmöglich kann die weise Berliner Stadtregierung eine derartige Einrichtung getroffen haben. Sie ist eines Blödsinnigen würdig. Allein so mannigfaltige Artenverwirrung und Unheil anzurichten, wäre ein Blödsinniger nicht imstande, sich auszudenken. Oft dient eine Nummer für drei bis vier Häuser. Und doch steht sie nur auf einem derselben. Dann wieder wird ein Haus zum Beispiel mit Nummer vier bezeichnet, die nachfolgenden mit 4a, 4h, 4e, sodass man alt und schwach geworden ist, bis man bei Nummer fünf anlangt. Und die Folge dieses systemlosen Systems ist die, dass man bei Nummer eins keine Ahnung hat, ob die Nummer 150 ein paar Meilen oder 100 Schritte weit weg sein mag. Obendrein steigen oder fallen die Zahlen ganz willkürlich. Von 50 oder 60 gelangt man vielleicht plötzlich zu 140, 139 und so weiter. Und nur ein Pfeil gibt durch seinen Flug die veränderte Richtung an. Es ist um den Stadtverstand zu verlieren. Und bis hier nicht Abhilfe geschafft wird, muss man auf das Schlimmste gefasst sein. Genau so zumindest hat Mark Twain es niedergeschrieben. Und genau so fluchen meine Gäste gern. Und ich pflege dann zu sagen, dass sie mit vielem Recht haben. Einzig die Reihenfolge der Nummern, Folge einer Logik, die nur noch in Berlin anzutreffen ist. Dem Hufeisen. An dieser Stelle gucken Touristen immer ganz verwirrt. Jetzt kommt ein Dialog. Ich. Nun schau, es ist ganz einfach. Du fängst auf der einen Seite mit 1 an zu nummerieren. Gast. Ja, aber ich habe den Kurfürsten da im 1 gesucht, 2 Stunden lang. Ja gut, oder du fängst halt mit 11 an zu nummerieren und dann gehst du auf der einen Seite hoch. Moment, halt, wieso 11? Naja, man hat schon mal bei 1 angefangen. Ja, und wieso dann 11? Ist das sowas wie 1.1? Nee, nee, 11 ist schon 11. Das ist das 11. Haus der Reihe. Und wo sind die anderen 10? Die wurden in einer anderen Straße zugeschlagen. Aha. Also ist der Kurfürsten-Damm 1 jetzt in einer anderen Straße? Ja. Man hat alles östlich der Gedächtniskirche in Budapester Straße umbenannt. Später. Und die Hausnummern behalten? Nee, natürlich nicht. Die Budapester ist ja im Zickzack nummeriert. Oh ja, gib mir mal mehr Schnaps. Wie jetzt zickzack. Na, 1 hier, 2 gegenüber. Die 3 dann neben der 1 und die 4 wieder gegenüber, neben der 2. Also ganz normal. Nee, du brauchst mehr Schnaps. Normales Hufeisen. Hey, die haben Lampignons entlang der gesamten Mauer aufgehängt. Voll irre seid ihr. Lichtgrenze. Gib mir mal den Schnaps. Also diese Lichtgrenze. Was? Hufeisen? Ja, genau. Prost. Der Kudamm ist jetzt also ein Hufeisen. Negativ wirkt sich jetzt vielleicht aus, dass man das aufmalen kann, wie man will. Es sieht nie aus wie ein Hufeisen. Ich male. Der Gast trinkt. Für mich sieht das bestenfalls aus wie ein Kondom. Meinetwegen. Wichtig ist nur, dass du dir merkst, dass die 2 neben der 1 ist und nicht gegenüber. Ich denke, es gibt keine 1. Ja, nur am Kudamm. Und bei dir hier? Die ganze Straße besteht nur aus den Nummern 17 bis 20, obwohl es total viele Häuser sind. Das kommt dir nur so vor. Der Gast trinkt und überlegt. Nee, nee, nee. Da bin ich mir ganz sicher. Das sind mehr als 3 Häuser bis zum Markgrafendamm. Ja, klar. Ja, wieso kommt es mir da nur so vor? Die anderen Nummern sind gegenüber. Aber da ist doch nichts. Ja, auch nichts braucht Hausnummern. Gib mir mal mehr Schnaps. Und diese Lichtgrenze jetzt? Hey, lass mal kurz beim Kudamm bleiben. Also, ich zeige auf meiner Skizze. Hier ist die 1, 11. Oh Gott, du brauchst mehr Schnaps. Nee, nee, nee. Ich will das jetzt verstehen. Daran sind schon ganz andere gescheitert. Challenge accepted. Okay, hier ist Schnaps. Also, pass auf. Die 11 ist hier. Gefälliges Grunzen. Und dann ist hier die 12, ja. 13, 14, 15, immer so weiter. Ich zeichne die Joachimsthaler Straße. Gast, noch immer nicht betrunken genug. Woher weiß ich denn, zu welcher Straße die Eckhäuser nummeriert werden? Gibt es da ein System? Ah, gute Frage. Natürlich nicht. Sogar noch viel besser. Also hier zwischen Joachimsthaler und Fasanenstraße. Da ist so eine Passage. Da, wo die Bären drinstehen? Ja, genau. Da, wo die Bären drinstehen. Alles da drin haben sie mit Nummern vom Kudamm nummeriert. Statt zum eigenen Platz zu machen. Hätte man machen können. Alle Eckhäuser an der Fasanenstraße hat man der Fasanenstraße zugeschlagen. Aber an der nächsten Kreuzung, Ulanstraße, da gibt es ein Haus, das hat eine Nummer vom Kudamm, obwohl es schon so weit in der Ulanstraße steht, dass es eigentlich sogar schon die Nummer der nächsten Querstraße, der Grollmannstraße, haben könnte. Na, großartig. Ja, pass auf, wird noch besser. Schnaps? Hm. Pass auf. Du hast ja die 1 gesucht. Wofür überhaupt? Na, Kurfürstendamm 1, das klingt irgendwie wichtig. Da wollte ich ein Foto. Okay. Also, die 1 hat es halt mal gegeben, aber dann musste es, wie gesagt, an die Budapester Straße abgegeben werden. 77 bis 89 hat es nie gegeben. Da hat man den Leniner Platz eingebaut. Aber, aber, puh. Also, da ist Kudamm, da ist Leniner Platz und da ist dann wieder Kudamm. Ja. Gast, siegessicher. Und die Nummern am Leniner Platz, die haben dann aber 77 bis 89. Ne, wieso dat denn? Na, du sagst doch, der Kudamm hat die nicht, weil da der Leniner Platz ist. Ja, und auch immer gewesen war. Aber deswegen haben die Häuser am Leniner Platz doch eigene Nummern. Völlig eigene. Leniner Platz 1. Kann man jetzt nicht erkennen, wenn man dran vorbeiläuft. Ist halt Kudamm. Alter. Ja, genau, pass auf, kommt noch besser. Hier drüben, andere Straßenseite, kommt die Meinecke Straße. Oh Gott, was nun? Ja, da fehlen dem Kudamm auch Hausnummern. 221 bis 223, wenn ich mich recht entsinne. Ich laufe da zwar jeden Tag dran vorbei, aber weiß nicht genau. Die gab's mal, die wurden dann aber von der neu angelegten Meinecke Straße verschluckt. Ihr seid doch irre. Na, dit ist Berlin, wa? Wie weit bist du denn gelaufen? Na so, bis da? Er fuchtelt auf meiner Skizze rum. Ach, schade, dann hast du die Wände des Hufeisens ja gar nicht gesehen. Ne, das System hatte ich ja noch nicht verstanden. Hm, okay. Also hier hinten wendet das dann also irgendwie und dann geht's zurück bis zur Gedächtniskirche. Gast in einem letzten hellen Moment. Also ist die Höhe der Hausnummer gar nicht aussagekräftig darüber, ob irgendwas zentral liegt oder nicht? Ich meine, dann sind ja hier die Nummern irgendwas mit 200 und die liegen voll zentral und da gegenüber deiner 11 und da hinten da sind dann Hunderter, die sind voll weit weg vom Leben. Ja, natürlich ist das aussagekräftig. Die 1 ist immer die dem Stadtschloss nächstgelegene Hausnummer. Gast zieht die Augenbrauen hoch, Stadtschloss. Ja, nun, Hohenzollern. Funktionieren übrigens genau wie die Hausnummern. Die haben vom 17. bis ins 20. Jahrhundert nur zweieinhalb Vornamen verbraucht. Zweieinhalb? Friedrich Wilhelm oder Friedrich Wilhelm? Ach, Wien, Frankreich? Ludwig 13, 14, 15, 16 und so? Fast. Eigentlich hießen die immer nur 1 oder 2 und dann haben sie einen Titel geändert. Titel geändert? Ja, Markgraf, Kurfürst, Herzog, König, Kaiser. Und dann haben die immer wieder bei 1 angefangen? Ja, knaps. Gast in einem letzten Versuch ist doch noch zu verstehen irgendwie. Und puh, also, Moment. Hier hinter der Kirche ist dann die Budapester. Ich nicke und gieße nach. Und die ist zickzack. Ich nicke weiterhin. Wer entscheidet denn, was hier zickzack und was Lichtgrenze, Kondom, wie heißt's? Hufeisen. Ja, also pass auf. Alle Straßen, die nach 1929 angelegt wurden, die bekommen zickzack. Ja, aber wer legt denn in so einer Metropole noch neue Straßen an? Du hast alles verstanden. Der Rest geht nach Gefühl. Aber zum Beispiel die Straße im Eichengrund in Siemensstadt. Ja, die wurde 1933 angelegt. Von Siemens auf Siemens eigenem Land. Hat sich natürlich auch schön an die Regeln gehalten. Ordentlich im Zickzack nummeriert. Ich brauche eine Weile, um die Straße in der App auf meinem Tablet zu finden. Ja. Da ist doch nix. Ha! Da ist sogar weniger als nix. Die Straße gehört keinem. Wie? Ja, die gehört nicht zu Berlin. Sondern? Niemand. Niemand. Ja, aber Moment. Ja, niemand. Siemens hatte die, wie gesagt, auf dem eigenen Gelände. Und dann haben sie die Werkswohnung wohl aus Versehen in irgendeinem Immobilienpaket verkauft. Und dann wurde die mehrfach weiterverkauft in einem anderen Immobilienpaket. Und so richtig hat niemand gemerkt, dass die Straße privat ist. Bis sie halt so kaputt war, weil niemand sie repariert hat. Weil ja keiner zuständig ist. Und die Stadt will die nun auch nicht mehr, weil die ja total hin ist. Das ist ja wie bei eurem Flughafen. Ich gehe schlafen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.